Die Kombination aus Geschwindigkeit, Balance halten und dem absoluten Risiko macht für mich den Reiz aus. Ich habe jetzt zwar einen Lenker, aber der ist ja wirklich eher dafür da, dass ich den Wind reduziere. Der ist nichts fürs Abstützen. Fahrräder, da kann man sich erstmal im Lenker festhalten, das hat das ein Rad nicht als Stabilitätsstütze. Dementsprechend muss man dort halt wirklich erstmal die Mitte finden und völlig frei lernen Geschwindigkeit und Sicherheit aufzubauen. Würde ich behaupten, den 1-Stunden-Weltrekord, da ist noch mehr drin. Es gibt auch einen 24-Stunden-Weltrekord im Einradfahren, den werde ich auch noch angehen, dann wird es halt 24 Stunden. Also man kann da schon lange drauf sitzen. Man muss den Sitzzeitschall trainieren. Hölle Grattern